... ... im Dienste von sozialer Arbeit stehen, die das tun, um anderen Menschen zu helfen. Da geht es auch sehr viel um Beresitz-Charakter, auch das Stil, die man trägt, sehr stark in Mittelpunkt. Ist auch gut so, da soll man auch unterstützen und daher kann ich alle noch aufwarten. Bleibt es auch da. Lützt die Schimmung. Lützt die Uhr. Alle Schrauben von der Hilfsteilbahn. Soll die Hilfsteilbahn aber auch ein Kunstwerk? Ja, feurig. Nein, die lassen wir jetzt weg. Gibt es Weihnachten? Nein, nein. Aber schau her, und jetzt hat er aus den Nagel 1896... Die gehen jetzt da durch, wisst ihr was? Die können das ein anderes Mal diskutieren. Nein, nichts diskutieren. Da haben wir ja. Nein, haben wir eh. Nein, schau her, da machen wir jetzt... Mit dir, ja. Nein. Das haben wir eh. Das passt nicht gut. Das passt jetzt. Das passt jetzt noch kurz gut rein! Was ist das? Das ist ja eine Schwülernnogel. Super! Das ist dann auf der Gäbler angemacht worden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, die Schwülernnogel, die kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist der Schwülernstrafen da. Zurückliche Musik aus dem Jahr 1952. Das war der Auszug vom Herrn Karl Fjatti-Zuckerbecker hier in Nürnberg-Würfen. Ja, meine Damen und Herren, genießen Sie noch eineinhalb Stunden den Adventsmarkt hier.